Ich bin Albin und mein Name ist Jabani und Robi ist für die Kinder hier und wenn es im Sommer ist und es heiss ist, dann bauen wir die Rochi und den Pool und wenn es noch nicht so ganz heiss ist, dann bauen sie nichts, sondern wir machen uns selber nass, wir machen Wasserschlacht und so und um 1.30 Uhr kann man da und dann kann man die Tür filtren, da gibt es Tiere, aber die Tiere darf man nicht nass machen und dann bauen sie ab, oder die Esen mit dem Ball schiessen, weil sie auch Angst haben. Und dann bauen sie noch eine Rutsche von der Brücke und sie bauen selbst Türme und dann bauen sie noch so eine Brücke mit Netz und man baut auch Leiter zum Laufen mit dem Seil und man kann hier Pünkte sammeln, wenn man 10 Pünkte hat oder immer die 10er Reihe, außer 50 und 100 oder 150 und so. In der 50er Reihe geht man mit dem Robi einen Ausflug und wenn man von 10, 20 und so, dann kriegt man ein Geschenk vom Schatztor. Man macht das hier Spass, da ist es auch gratis, man muss bezahlen und so. Man kann spielen, man kann sich gegenseitig nass machen, wenn die Grossen es erlauben und die Grossen können dann auch sagen, okay, ihr dürft auch jetzt nass machen, okay, ihr dürft dort kommen, dort. Man kann auch bei den grösseren Personen und so, kann man sagen, was man bauen will und dann bauen sie es oder vielleicht auch nicht. Am meisten sind hier Wünsche erfüllt. Man kann auch Frau mit bestimmen oder auch nicht. Wir machen uns als Gruppe und können mal schauen, was könnten wir noch machen und dann, wenn wir etwas sehen oder wenn jemand eine Schlägerei ist, dann helfen wir denen, dann sagen, was ist und was auch. Oder zum Beispiel, man muss fragen, ob man im Disco-Raum darf oder ob man im Disco-Raum mieten möchte. Man kann dort, was man möchte machen. Es ist auch eine Mathe. Man kann dort, was man möchte bauen und dann kann man es auch wieder nach Hause nehmen. Im Werkstatt gibt es Werkzeuge und es gibt Hölze, zum Beispiel Bierdeckel oder Schnüre, Fadene. Und es gibt viel mehr Sachen, Stoff zum Beispiel. Und dann kann man dort etwas mehr Wettungsdiener-Sachen bauen. Okay, tschüss miteinander. Danke, dass ihr zu sein müsst habt.